Hey, ihr kleinen und großen Sportler! Schön, dass du dabei bist, heute mit dem Jan und ich freue mich euch, heute die Disziplin Schießen vorzustellen. Ihr braucht drei Bälle, Rollen, das ist eure Munition. Hier auf der rechten Seite habe ich drei verschiedene Schwierigkeitsgrade für euch aufgebaut. Einmal mit den Körperpfeerrollen, wir werden sehen, ob es steigt, ob es schwer ist, dann diese Dosen, es gibt genug Hamster, die haben welche zu Hause und wenn ihr die benutzt habt, habt ihr Körperpfeerrollen, könnt ihr einzeln hinstellen, stapeln oder auch so einen Turm bauen, wie ihr rollt. Den Abstand, das sind zehn Hefte, damit ihr alle auch den gleichen Abstand habt. Das sind meine drei Bälle, die ich geworfen habe. Richtig? So, alle waren unten. Wieder drei Munitionsbälle, schauen wir mal, ob wir die Dosen abwerfen können. Wir haben bisher drei gesammelt, vielleicht habt ihr mehr, könnt ihr größer oder kleiner bauen. Die kleinen Klopapierrollen, könnt ihr auch weiter hinstellen, wenn ihr sagt, ihr wollt es nicht so leichter noch einmal haben, es obliegt euch hier die Schwierigkeit ein bisschen zu verstellen. Ich brauche nochmal zwei Kilometer, ob ihr wollt, jawohl, dankeschön. Immerhin, eine Seite. So habt ihr verschiedene Möglichkeiten, das Schießen bei euch zu Hause zu machen. Ich habe den großen Kasten gewählt. Ihr könnt zu Hause den Tisch nehmen oder ihr stapelt auf dem Stuhl oder ihr habt Wäschekorbenstätten auf dem Stuhl oder ihr geht in den Garten. Passt aber bitte auf, dass nichts dahinter ist, was kaputt gehen kann. Ganz viel Spaß beim Üben, viel Erfolg bei der Challenge, mal sehen, was ihr Tolles abwerfen könnt. Ich sage, ciao!